Der Tag in Navaratri Erzähl mir bitte Okay, ich erzähle es dir Vor langer Zeit, als ein Dämon namens Mahishasura alle Leute ärgerte und alle störten, gingen sie alle zu Durga Devi und sagten Sie beschloss, gegen Mahishasura zu kämpfen Sie ging und kämpfte mit ihm, neun Tage lang und am neunten Tag besiegt sie Mahishasura Und Dasara ist Sieg von gut auf schlecht Ging so gut Komm, wir lesen noch eine Geschichte Okay, komm, in diesem Buch gibt es viele Geschichten darüber Okay, komm, wir gehen Happy, dass du da to everyone Bye